du liebst man echt von ganzem herzen was zwangfe genau so konntest du auch aus deinen pokémon herausholen und gemeinsam mit ihnen alles bringen und diesen sieg feiern alle werden jetzt zu dir aufblicken dich aber auch als rivalen sehen mach dich darauf gefasst herausgefordert zu werden nach mich kann keine herausforderung mehr erschrecken nach dem hier was ich hier netter viel geleistet habe du bist jetzt die angst von einer zwangfe das muss gefeiert werden opi hat zu uns eine riesen platz versprochen egal wer von uns gewinnen würde das ist richtig so ist es richtig egal wer gewinnt dabei sein ist alles du bist bei den spielen leider nicht so bei pokémon wird es leider irgendwie nicht verziehen aber ja dabei sein ist anders worauf warten wir denn noch nach mehle mehle oder um es mit attackennamen auszudrücken machen wir im turbo tempo eine kehrt wenn wir nach mehle mehle in nilli wird erstmal ordentlich gefeiert und keine sorge ich sage auch liebescheid ach ledig ja darin schnell abspann development director die lese jetzt nicht alle vor schön da geht das fest los in in lilly und lilly ist mit dabei ja lilly die habe ich auch die gewonnen in pokémon sonne wie auch in pokémon ultramond da sind sie alle nochmal der chris ist auch wieder mit dabei ach den kürz den werden wir im off und quatsch nicht im offskin training werden wir den noch beginnen oh und die wie heißen die nochmal meiler nein meiler war es nicht meiler war die in der top 4 hapu und lilly auf pampros und der hala ja und die alolacin wir haben uns hier versammelt um den ersten charm der pokémonia von alola zu feiern mögen die festlichkeiten beginnen der charm von alola das bin ich die zwergfee alle freuen sich alle sind gut drauf alle sind in festtagsstimmung ja auch gladio ist mit dabei er scheint nicht so in festtagsstimmung zu sein aber auch erst mit dabei mutti na komm gladio oh team skull naja die beraten jetzt wie es weitergeht mit ihnen mit denen sieht es nicht so rosig aus fran und der boss wie heißt er noch bromley die machen jetzt eine krisensitzung bei denen sieht es nicht so festlich aus die haben wir besiegt verehrlich ist das nicht tja was soll man sagen wir haben was vergessen oder was oder wir kämpfen weiter freuen wir uns auf die achte generation die ja sogar spätestens in ein zwei jahren kommen sollte szenario oh da haben wir noch was was wir noch ins decken müssen das zigarre in einer höhle das sind nicht starken pokémon y reicht das äther paradies selbstverständlich gehört das mit dazu jetzt ist mein akku alle der darf jetzt auf keinen fall ausgehen ich meine dann ist der champ nicht mit drinnen der sieg über den champ das wird doch tragisch grundgebiete hier im dunklen stuhl geknatscher oh mazurika ist auch mit dabei Na komm, lass es jetzt nicht im Nukem ausgehen. Jetzt hab dann Klein wenig was verpasst, aber dafür, ne, das Ding, dafür geht das jetzt nicht aus. In nem Millisekunde hab ich verpasst. Müssen wir mal im Kauf nehmen. Oh, Glady Unit Abschied, nicht Lilly, den Pokémon Sonder. Schauen wir mal bei Nintendo an oder was, wie das Lilly doch nicht gehen soll. Abschied, ja, das war ein Pokémon Sonder, tatsächlich ein trauriger Abschied, da stehen die ganzen Leute, die an diesem wundervollen Ding mitgearbeitet haben, die daran gewügt haben, dass das so ein schönes Spiel wird. Die aber auch schuld dran sind, dass es wenig Neuerungen gab. Ja, hätte es doch mehr geben können. Also ein paar mehr Neuerungen hätten das Spiel auch noch besser gemacht. Ja, müssen wir mal zum Fazit kommen. Ja, das Fazit fällt diesmal ein bisschen kurz aus. Wie auch noch weiter geht's. Es kommt auch noch ein After Story, die wir noch machen werden. Und ja, dann... Außerdem ist es eine Special-Version zur Pokémon Sonder. Ich habe schon vieles in Pokémon Sonder gesagt, es gibt nicht mehr ganz so viel zu sagen. Und das zur Story, das gröbste zur Story, wie mir die Story gefällt und wie mir das Ding hat, habe ich ja alles schon verlauten lassen in Pokémon Sonder. Sieht nur, alle sind total ausgelassen und feiern den Aufstieg des stärksten Trainers von Alola. Ich habe zwar verloren, aber meine Pokémon und ich werden weiterhin auf einer Wellenlänge trainieren und noch viel stärker werden. Und danach werde ich den Champ herausfordern. Mach dich darauf gefasst, Zwergenfee. Perigis ist es. Und das wirst du nicht mehr erleben. Zwergenfee. Ach, was sag ich da? Ich meinte, Champ, möchtest du den anderen nicht auch deinen Partner-Pokémon vorstellen? Schließlich hast du an ihrer Seite während deiner abenteuerlichen Inselmannschaft so viel entdeckt und erlebt. Ich mache da schnell ein Let's Play und zeige den ganzen Tag mit mir geleitet und gekämpft. Nicht geleitet. Ja, ihr standet unter Strom, aber geleitet habt ihr dann noch nicht. Oh, deine Augen löchtern ja richtig. Ja, das müssen sie auch tatsächlich jetzt in Real Life. So muss das sein. Mein Pokémon Team wird präsentiert. Und das wir kriegen, ist nicht zu sehen. Noch mal ein paar Credits. So, mein kurzes Fazit dazu. Es gab schon ein Fazit in Pokémon Sonne. Also so Story-mäßig brauche ich nichts mehr zu sagen, außer zu den Neuerungen, die dazu kamen. Es waren erfrischende und überraschende Neuerungen dabei. Also vor allem dann Richtung Ende. So, ich sag mal, so Podi, wo es dann dorthin ging. Also ab Cocoa Island ging es dann los mit Neuerungen. Das Podium, Necrozma, die Ultra-Weltin dort durch die Portale und so weiter. Das war, da war sehr viel Neues drin. Das war auch sehr erfrischend. Auch die Top 4 war ein bisschen, oh, das war, ja, der Champ war jetzt Tali. Ja gut, das war auch ein, zwei, ich glaube, zwei neue Top 4 Mitglieder Loda war, glaube ich, neu. Ich kann mich nicht so sehr an die Top 4 in Pokémon Sonne erinnern. Und ja, der Top 4 war dann doch ein bisschen, also, Necrozma auf dem Berg, Necrozma auf Mount Lanakila. Meine Güte, das war eine Neuerung. Die hat's, die hat mich angesprungen. Aber, ja, ich find's ein bisschen, naja, ich bin so ein bisschen am Schwanken, wenn ich das Ganze bewerten soll. Also, ja, ich hab am Anfang, noch vor dem Anfang, im letzten Part von Pokémon Sonne, im Special Parts, gesagt, ich erwarte mir von Pokémon Ultra Mond, dass das kein Pokémon Platin Nummer 2 wird. Pokémon Platin, da hab ich auch schon öfters von geredet. Ist halt irgendwie, ja, so ein klassischer Fehlkauf, weil halt quasi dasselbe ist. Nur die Arena ein bisschen anders und, ja, sonst hat sich das. Also, es ist schon, ich muss sagen, es ist ein Kompromiss. Es ist ein Kompromiss geworden. Es ist nicht Pokémon Platin 2 geworden, aber Pokémon Weiß 2 hab ich noch nicht durchgespielt. Hab ich angetestet. Hab ich auch noch nicht als Netzball gebracht. Pokémon Schwarz 2 ist das bei mir, weil ich hab Pokémon Weiß. Ja, also es liegt irgendwo zwischen Pokémon Platin und Pokémon Weiß und Schwarz 2. Ich würd so eher Richtung Pokémon Platin schieben, weil es waren schon ein paar wenig Neuerungen. Der hätte noch ein bisschen mehr gekonnt. Also, da gab's ein paar Stellen, wo ich gesagt hätte, da hätte ich noch was reingetan. Da wäre noch, da hätte noch so eine Prise Neuerungen reingestreut werden können. Da hätte sich mir wirklich was gefehlt. Da hätte man noch was machen können. Da war es noch nicht vorbei. Da wären noch Möglichkeiten gewesen. Da ist so insofern ein bisschen Enttäuschung da gewesen. Aber, ja, also, insofern, da die Neuerungen jetzt an sich jetzt nicht wirklich ein... Das ist jetzt nichts, wo ich halt irgendwie einen Punkt mehr oder weniger geben könnte. Das ist also, da muss ich es wahrscheinlich auch von der Wertung her auf dieselbe Ebene wie Pokémon Sonderstellen. Vielleicht gibt's einen Punkt mehr, weil es ja jetzt doch schöne Neuerungen waren. Also, das, was Neuerungen war, das war schön, muss ich wirklich sagen, muss ich dem Spiel anerkennen. Das, was wirklich neu war, das haben sie auch richtig gemacht. Das haben wirklich rausgehauen, das haben sie durchgehauen. Das hat wirklich Durchschlag gehabt. Das hat wirklich Schlagkraft gehabt. Das war überzeugend. Und, wenn sie was rausgehauen haben, dann richtig. So ist halt Nintendo. Aber, hm. So ist halt Nintendo. Das ist der Satz, der wichtig ist. Ja, Nintendo hat halt bestimmte... Nintendo ist halt spitze. Sag ich mal so. Und Nintendo kann mehr. Das ist das Problem. Und man kann sich auch selbst übertreffen oder sich selbst untertreffen. Da liegt die Sache. Der Maßstab wird gesetzt an dem, was du leisten kannst. Wenn du deinen Spitzensportler hast, dann bist du von dem auch enttäuscht, wenn du halt nur halbe Sachen machst. Aber dann so ein, um es mal metaphorisch, um es halt mal übertragungsweise zu sagen, wenn ich dann halt Sport mache, dann hat man halt nur, setzt man halt den Maßstab anders an. Versteht ihr, was ich meine? Ist also, der Maßstab für einen Spitzensportler ist deutlich höher als der Maßstab für mich. Untalentierten, naja, untalentiert bin ich nicht. Ich kann auch andere Sachen gut. Aber unsportlichen Fettsack, für mich Fettsack, liegt man halt einen anderen Punkt an. Ja, wenn manche auf Sport herumreiten, es geht um ein anderes Thema. Wir kommen hier aus dem Thema raus. Ja, um es halt zu vergleichen, wenn man es mit Sport vergleicht. Nintendo ist halt der Spitzensportler. Das ist halt eine gute, eine geile Firma. Die kann halt was, die hat halt schon Sachen hingelegt. Ich will nur an die Switch erinnern. Die hat schon gute Sachen gemacht, also... Wertungen könnt ihr dann in meiner Let's Playliste lesen. Könnt ihr dann nochmal nachgucken. Pokémon Ultramond. Ja, das war Pokémon Ultramond, die Hauptstory. In der Nebenstory geht es noch weiter. Da kommt noch ein bisschen was. Ist in der Kanal-Info verlinkt. Und die Liste, wo ihr alle mal in den Let's Plays nachgucken könnt. Und die Bewertung dazu, die abgeschlossenen Let's Plays, kriegen alle eine Bewertung. Könnt ihr dort sehr gut nachlesen. Ende. Ende der Haupthandlung. Nicht des Spiels. Es geht noch ein bisschen weiter. Ein paar Parts kommen noch. Ist nicht der letzte Part. Keine Angst. Und man kann das Ende nicht lesen, weil es verschwommen ist. Durch die Kamera. Schön. Noch einen abschließenden Satz zu sagen zum Spiel. Ein Fazitsatz. Pokémon Sonne war ein bisschen mehr Freude. Also es war halt, es war was komplett Neues. Es war was, was es bisher noch nicht gab. Pokémon Ultramond war ja gut. War halt, waren halt ein paar Neuerungen. Die Story kannte man schon. Und ja. Es war erfrischender. Also mein Fazit von Pokémon Sonne war demnach auch flammender und freudiger, weil es halt auch neu war. Gab es bisher noch nicht. Und ja. Das hätte ich mir bei Pokémon Ultramond auch gewünscht, dass es wirklich Pokémon Sonne über den Haufen wirft. Und ja. Wie Pokémon Weiß und Schwarz 2. Das hat es gut vorgemacht. So kann man es auch machen. Es gibt doch auch Vorbilder in der eigenen Reihe. In der eigenen Sache von hinten. Wo man halt das vergleichen kann. Wo man sagen kann, ihr könnt es doch, ihr habt es doch schon besser abgeliefert. Ja. Ein Pokémon Weiß und Schwarz 2 hätte ich mir erwünscht. Genau sowas wollte ich bei Pokémon Ultramond und Ultrasonne sehen. Mozi hat etwas fallen lassen. Auf Wecker. Nice. Ja. So ist es. Weiter geht es mit der After Story. Es ist noch nicht zu Ende. Na mein Schatz. Du musst ja ganz schön geschlafen. Du musst ja ganz schön geschafft gewesen sein. So tief und fest, wie du geschlafen hast. Ding Dong. Tali. Hallo da. Seht mal, wie die Meeresbrise reingeweht hat. Ich bin's, Tali. Mauz. Oh, das ist ja ein Mauzi aus Kento. Hui. Und wie die Münze auf seinen Kopf glitzert. Mauz. Glänzer, glänzer, glänz. Mauz. Das war Tali. Süß. Tali ist auch ganz süß. Ach, übrigens. Diese wunderlichen Leute haben nach dir gesucht, die Zwangfehl. Lass' los. Worauf warten wir noch? Der Champ von Alona hat Besseres zu tun, als hier zu Hause rumzucken, oder? Weiß schon, wer das ist. Da gehen wir auch gleich raus. Ich speichere nochmal kurz zwischen. Das ist hier noch der Spielstand von der Champ-Herausforderung. So, jetzt haben wir den auch überschrieben. Jetzt sind wir offiziell. Da hat man Champ auch abgespeichert. Das weiß das Spiel auch, dass wir was sind. Raus geht's. Na, die Ultraforscher, die warten draußen auf uns. Zwergenfee, ich wollte dich dazu beglückwünschen, dass du zum ersten Champ von Alona gekürt wurdest. Und Cionia, der ist auch mit dabei. Der Entscheidungskampf zwischen dir und Tani war bestimmt eine hochspannende, spannende, nenne, 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 ja genau. Eine hochspannende Angelegenheit. Dürfen wir uns an den frischgebackenen Champ, um etwas zu bitten? Ah, jetzt wo ich Champ bin, kommen die alle zu mir. Zitat Ende. Ja, ich habe mich mal ein bisschen bei Let's Play Makros umgeguckt. Da geht's, ja, was halt in der Afterstory kommt, da habe ich mich da, wie es weitergeht, habe ich mich jetzt erkundigt, damit ich halt weiß, was ich machen muss. Und, sorry, ab jetzt ist es halt nicht mehr blind. Ja, die Hauptstory war blind, ja, sorry, hat mich informiert. Auf Pony, irren Ultrabästien umher. Sie sind gewiss durch die Ultrafurte, die am Podium auf Pony geöffnet wurde, hineingelangt, hierher gelangt. Wir verfügen nicht über die nötige Kraft, ihnen beizukommen, weshalb wir gerne Hilfe bitten würden. Pyramide und ich komme auch mit. Sehr schön, wir ziehen nun auf dich, Tani. Wir wollen gerade noch Pony aufbrechen. Möchtest du gleich mitkommen? Gerne, ich komme mit. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Da sind wir zurück in Pony. Alter, Fahrt von Pony. Und da geht's weiter. Ah, da, in die Richtung. Ist klar. Kampfbaum und so weiter, da geht's auch in diese Richtung. Aber da gibt's auch Neues. Wie ich erfahren habe, gibt's jetzt ganz viele Neuigkeiten jetzt hier. Naja, ganz viele gibt's jetzt hier in diesem Grasbüschel jetzt nicht, aber danach kommen ein paar Neuigkeiten. Ich spoil' euch nicht. Ihr werdet es in den nächsten Parts sehen. Was sehe ich denn da? Ein seltenes Dreinexemplar. Kontaktaufnahme imitieren. Kannst halt einfach nicht aussprechen. Indizieren. Genau. Pokémon-Sammler Michael fordert dich heraus. Ja, Pokémon-Sammler Michael initiiert seinen Kampf, los Galoppa! Ja, Galoppa! Das war eine Geschichte in der Hauptstory. Die Galoppa! Das Galoppa! Entweder das Galoppa oder der Galoppa, weil es ist am Ende nicht das Galoppa. Ja, soviel dazu. Hm, Dragon, Level 47 gegen Totonator. Das klingt komisch. Level 47, nein, Level 40 war der, glaube ich, oder? Was hatte der für ein Level? Ich habe nicht hingeguckt. Aber wir können es, glaube ich, mit Dragon schaffen. Level 47 hat er. Okay, wie wäre es mit Antikkraft? Unsere erste Herausforderung als Champ. Ein wildes Trainer im hohen Gras. Na, das werden wir doch wohl schaffen. Da würden wir ja komplett sofort unsere Champ-Würde verlieren. Unser Trainer-Würde. Wenn wir jetzt hier gegen den ersten Trainer im hohen Gras verlieren würden. Als frisch gebackener Champ. Das wäre ja wohl... Das wäre... Das wäre... ...nicht möglich. Body Slam. Es ist sehr effektiv. Ne, war nicht sehr effektiv. Es ist paradisiert. Setzt Antikkraft ein. Die Paradiese nützt nichts. Er kann trotzdem einsetzen. Doch hat was genützt. Ich musste drei oder zwei Runden aussetzen. Ich habe nicht mitgezählt. Ich glaube es waren zwei. So. Sein letztes Pokémon. Michael setzt. Sinonk ein. Ein japanisches oder chinesisches Pokémon. Das habe ich hier noch nicht gesehen. Doch habe ich scheinbar schon mal gesehen. Sonst würde der Pokedex, der Rotom Pokedex an den Arm schlagen. Sieht so ein bisschen aus wie das Viech aus. Und wo ist die unendliche Geschichte? We'll reach the boundaries of Fantasia. Do you know where they are? I have no idea. Wisst ihr welches ich meine? Dieses... Ich habe die unendliche Geschichte nie geguckt. Den Film oder... Geschweige denn die Bücher gelesen. Aber ich weiß so ein bisschen wie Trainermäßig... Wie das aussieht. Sprechen vernünftige Sätze. Aber Billen kann ich heute auch nicht mehr. Tut mir leid. Aber ihr wisst, was ich ausdrücken will. Sendung. Ich weiß jetzt gar nicht wie er heißt. Der Drache. Das muss ich unbedingt nochmal nachholen. Die unendliche Geschichte. Gerade in dem Film. Da gibt es ja einen wundervollen Film zu. So. Und das Buch ist auch nicht schlecht. Soll ja auch nicht schlecht sein. Pikachu erreicht Level 65. Aber komm ihr wisst welchen Drachen ich meine. Das ist also... Ja. Jeder der die unendliche Geschichte gelesen hat. Oder geschaut hat. Der weiß wen ich meine. Zweifel gewinnt. Eintrosen. 408 Punkten unter 9. Geht sich gleich aus dem Kampf gegen den wilden Trainer auf der Ebene von Pony hervor. Ja. Dann geht es mal weiter. Oder was. Kommen wir jetzt mal zur richtigen Story hier. Zur richtigen Quest. Zwergfee. Hier drüben. Ah. Die kenn ich doch irgendwo her. Vielleicht laufen wir eine Ultrabistie über den Weg. Wenn wir zum Wald von Pony gehen. Meine liebe Zwergenfee. Herzlichen Glückwunsch. Du hast es tatsächlich geschafft. Jam von Anora zu werden. Mir ist es zu Ohren gekommen. Dass bei dem entscheidenden Kampf gegen Tali Odin durch die Post abgegangen sein soll. Und nun richtet ihr beiden Euer Augenmerk also auf die Erforschung der Ultrabestien. Ich möchte euch nach Kraft unterstützen und habe euch deshalb eine kleine Stärkung mitgebracht. Aha. Tali freut sich. Maxi meiner Sada. Ah. Natürlich freut sich Tali. Der freut sich ein richtiges Loch im Bauch. Maxi meiner Sada wurde in der Medizintasche verstaut. Wollte gerade in meiner Sada Tasche sagen. Aber die gibt es ja auch nicht. Wow. Klasse. Pyramide ist ja auch total vernarrt. In meiner Sadas. Vielen Dank. Meinst du Pyramide ist verknallt? In meiner Sadas. Nicht du. Gleidio hat mir dieses Typ Null dir anvertraut und hat mich gebeten es dir zu übergeben. Typ Null erhalten. Warum nicht? Ingelegt. Amigento. Ist die Weiterentwicklung von Typ Null? Okay. Hätte ich nicht gedacht. Registriert ist Typ Null. Sieht nice aus. Sieht gut aus. Kann man denn sein Team mitnehmen? Ja. Und das ist jetzt das Null von Gleidio oder was? Hat er sein Viech einfach hier gelassen oder was? Ich überlasse dir auch alle Discs, die sein nächster Entwicklungsstufe Amigento für den Formwechsel benötigt. Ähm. Naja. Gut. Die Weiterentwicklung sieht jetzt nicht so herrlich aus, dass man die jetzt unbedingt herbeirufen sollte. Naja. Was soll's? Du hältst viele Discs. Viele Discs. Wie viele das denn sind? 100? 2000? Oder vielleicht eine Milliarde oder was? Typ Null hat viele Zeit in Laborräumen verbracht. Ursprünglich wurde erforscht, ob es im Kampf gegen die Ultrabestin eingesetzt werden kann. Ja. Das ist Gleidios Typ Null. Doch ein Trainer wie du irgendwie kann ihm zeigen, dass es in dieser großen weiten Welt noch mehr gibt als das. Minno. Dieser Gleidio will mir einfach nicht die Möglichkeit geben noch stärker zu werden. Aber eines sag ich dir. Sobald er von seinem Training wieder zurück ist, fordere ich ihn zu einem Training heraus. Ach jetzt ist er neidisch, weil er nicht Typ Null bekommen hat. Von mir aus kann er gerne haben. Also ich würd drauf verzichten. Ich brauch das jetzt nicht so dringend. Und dieses Gleidio Pokémon. Von mir aus kannst du haben Tadi. Nimm. Bei mir ist es schnuppe. Mir ist es komplett egal. Aber erstmal mache ich mich zum Wald von Pony auf. Bis später. Ich komme gleich mit. Warte vielleicht auf mich. Dankeschön. Diese Mitglieder des Ultraforschungsteams haben mich übrigens ebenfalls zum Wald von Pony begeben. Haben mich zum Wald von Pony begeben? Achso. Wahrscheinlich haben sie sich. Wald von Pony. Da ist das Ultraforschungsteam. Schön, dass ihr gekommen seid. Hier im Wald von Pony rennen ein paar Ultrabästien umher, die unter dem Namen Muramura bekannt sind. Da ihnen hier alles ziemlich fremd erschienen, muss ich davon ausgehen, dass sie alles und jenen angreifen, die sie erblicken. Hier sind ein paar Ultrabälle. Man kann sie im Erderparadies erwerben. Doch ich habe einige auf Kosten des Hauses erhalten. Ja, das weiß ich. Damit kann man sich auch übrigens die Ultrabälle herstellen. Also man kann unendlich, naja nicht unendlich, aber ganz ganz viele Ultrabälle bekommen, wenn man ins Erderparadies geht und sich die Videos kauft. Dazu gibt es auch ein Video, was das genau zeigt, wie man sich diese Ultrabälle kauft. Aber man geht einfach ins Erderparadies, erster Stock, kauft sich die an der Theke. Und dann kann man halt 10 auf einmal kaufen und dann macht man halt 10 kaufen, noch mal 10 kaufen, noch mal 10 kaufen, noch mal 10 kaufen. Dann hat man irgendwann 100, dann hat man irgendwann 200, 300, 400 und so weiter und so fort. Und dann hat man halt, wenn man all sein Geld ausgeht, irgendwann 900, Ultrabälle und tadaaa! Was für ein Hack! Ja, ich werde euch hier nichts verlinken. Das ist, ja, ich habe es euch kurz beschrieben, das muss reichen. Das ist einfach, so einfach ist es. Ultrabälle wurden in der Itemstasche fährt out. Kleiner Tipp am Rande. Wer meinen Let's Play zuschaut, der weiß es jetzt. Wir werden es nicht machen, also ich werde es hier im Let's Play nicht machen. Ist ja, ja, ist ja, ja, muss nicht sein. Es brauchen nicht 900 Bucke-Bälle. Ultrabälle natürlich. Hier, Tadi, die sind für dich. Wow, klasse, danke! Wenn ihr uns Bälle gibt, dann wollt ihr bestimmt das wieder die Ultrabäste entfangen, oder? Ja! Die Entscheidung überlassen wir euch. Uns liegt einzig das Wurf der Mamamura am Herzen. Der Kind von Nikrosma hat uns deutlich gezeigt, dass wir nicht versuchen dürfen, uns diese Wesen untertan zu machen, sie zu beherrschen. Ausgangspunkt und Ziel unseres Handelns darf ausschließlich ihr Schutz sein. In diesem Sinne wäre es sowohl für uns als auch für die Mamamura selbst das Beste. Ihr würdet sie fahren. Los, irgendwie! Da wollen wir den Mamamura mal helfen. Auf geht's! Zeigt euch hier! Mama Mura! Maura Mura! Na, was soll's? Auf geht's! Ich hab dran! Gib mir ein Maura Mura! Ist das ein Maura Mura? Es ist ein... Trompeg! Nicht machen! Das wäre ein bisschen tragisch. Tani, hast du hier um dich herum ein... Ja, hat er! Das ging doch schon stark danach. Uh! Das ist aber nicht das gesuchte Pokémon. Oh! Doch! Mura Mura! Das ist das Ding! Und... Ah! Ah! Lesbay Marcus hat Pokémon Sonne! Ist klar! Da ist dann ein anderes! Aber das ist doch viel nicer! Mura Mura! Nice! Das sieht doch episch aus! Na ja! So episch sieht das nicht aus! Sieht genau genommen sogar ziemlich blöd aus, aber... Sieht hart aus! Kann ich sofort jetzt in den Ultraball werfen oder muss ich den erstmal sprechen? Versuchen wir's mal! Ultraball! Auf geht's! Zack! Na! Eins! Zwei! Drei! Ah! Ist ausgebrochen! Ist halt ein richtiges Mauerwerk! Können wir nicht so einfach fangen! Hui! Das haut ordentlich rein hier! Galoppa Level 100 möchte ich nur mal anmerken! Ist jetzt hier schon fast zur Hälfte... Ist schon über die Hälfte... Geschadet! Hm! Wir nehmen glaube ich ein anderes Pokémon... Und weil die Attacken von... Dem lieben Galoppa die Schaden zu sehr... Galoppa kommt zurück! Ich habe ein Pokémon was hier kämpfen kann! Null! Los Null! Devious Pokémon! Hat das einen Fischschwanz? Meine Fresse! Das ist ja eine... Ist das ein Klon oder was? Wie wärs denn mit? Ey so ein Schädel! So ein Schädel! Traum... Ähm... Ja... Ja... Das sah nicht so gut aus! Luftschnitt! Das wird es bestimmt bringen! Gegen Mauerwerk! Joa... Nicht sehr effektiv! Ist das ein bisschen übertrieben! Die Null wurde besiegt! Du bist zu Ende! Null! Null! Mann! Nächstes Pokémon rufen! Komm wir empfangen uns jetzt! Ich würd mal sagen Ultrabestie gegen Ultrabestie! Los Necrozma! Necrozma jetzt eine Ultrabestie ist... Ja! Ich würd sagen, das ist er! Hm... Vielleicht wird Felskrab etwas bringen! Immerhin... Rein physisch! Ja, das bringt nix. Das ist ein zähes Pokémon, dieses Naura Mura. Wie genau hält das? Nurra Mura. Nurra Mura. Nurra Mura. Je öfter ich das sage, desto weniger Sinn ergibt das. Hab ich gesagt? Ja, ich hab gesagt. Ich hab gesagt, dass was mit dem ersten Ball fangen können. Na ja, Phantom Geysir. Mal sehen, was das bringt. Hau rücken! Ja, bringt schon mehr, aber macht auch noch kein Karo. Coola. Jubel in Kraft. Wir wollen es ja nicht komplett kleben, wenn wir jetzt nochmal ein Phantom Geysir einsetzen würden. Das wäre kritisch. Eisenschädel. Ach, der kann auch Eisenschädel. Ne, Krossma wurde besiegt. Hui. Ein zähes Ding. Ist ja auch ein ganzes Mauerwerk. Ist ja zu erwarten. Galoppa noch einmal in den Kampf. Jetzt können wir, glaube ich, die Ultra-Bälle werfen. Ich glaube, das ist schwach genug, um gefangen zu werden. Es wurde ja schon fast gefangen beim ersten Versuch. So. So, Ultra-Ball. Komm. Ich will das aber unbedingt in den Ultra-Ball fangen. Das ist doch wert. Eine Ultra-Beste muss in einen Ultra-Ball. Ich wollte ja auch bei Nick Krossma machen, aber habe ich nicht hingekriegt. Ja, nice. Klasse. Muramura wurde gefangen. Ja. Wie nennen wir das Ding jetzt? Steve, original Level 56. Ein Tranken Pokédex. Das hat natürlich keine Entwicklung. Das ist eine Ultra-Bestie. Registrier. Gibt es jetzt auch nur dieses Ding im hohen Gras hier? Oder gibt es noch weitere? Ein Team aufgenommen. Ja. Guter Name dafür. Svenfi, hier drüben! Ach, haben wir jetzt ein Exemplar gefangen von allen, die hier im Gras sind. Muramura war zu stark. Ich konnte es leider nicht fangen. Ich aber... Das macht nichts. Es wird sich wohl um die Ängste anhandene Weise verschicken und keinen anderen Pokémon mehr angreifen. In der Zwischenzeit würden wir unsere Daten analysieren und später können wir es gemeinsam mit der Äther Foundation fangen. Oder ihr nehmt meins. Na gut, das kann ich auch behalten, aber... Ja, ich hätte es gefangen, oder? Es scheint so, als würden wir immer noch einige Muramura umher. Muramura. Gut, dann wollen wir die mal schnell einfangen und dem Ultra-Forschungsteam übergeben. Ne, das ist meins. Das behalte ich. Hey, Muramura! Wo steckt ihr? Ja, ähm, ich wäre dann gerne wieder zurück. Ich würde das nächste angehen. Wir wollen fangen an, dass Necrozma und die Ultrabestin sich zu einer ernsten Bedrohung für Alola entwickeln. Ähm, naja, Necrozma habe ich gefangen. Das ist nun auch in meinem Team. Und zumindest diese Ultrabeste habe ich jetzt auch gefangen. Also, wo steht das Problem? Ob Muramura sich vielleicht beruhigen würde, wenn es eine Gesellschaft von Artgenossen wäre? Wie auch immer. Ich mache mich auf die Socken. Ich... Blurak, flieg mich nach Haus! Auf auf! Aufi! Nach hausi! Traute heim! Traute heim! Glück allein! Niemann schlafen! Nach hausi! Nach hausi! Nach hausi! Nach haus! Nach acting! Nachños!